Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Joa, wie ihr seht, wir sind auf dem aktuellen Team der Woche gerade erschienen, beziehungsweise vor 10 Minuten. Ähm, joa, das sieht ziemlich nice aus, da werden bestimmt auch ein paar Packs gezogen. Es sind zwar, wie ihr seht, auch ein paar Silberspieler dabei, allerdings sind die Goldspieler dafür umso nicer, will ich mal sagen. Also die sehen schon richtig, richtig gut aus. Und joa, ich würde mal sagen, wir fangen direkt im Sturm an, da haben wir wahrscheinlich auch den definitiv teuersten Spieler. Und das ist Robin van Persie. Ja, 1,83 groß der Junge, Linksfuß und jetzt hat er Stats, die so aussehen. Äh, ne, so nicht. Hier oben müssen wir drauf. Attribute. Joa, er ist wie gesagt ein Stürmer von Menuh, ein Holländer und er hat 77 Pace, was auch vollkommen in Ordnung ist. Vor allem jetzt in FIFA 14, da zählt eher der Körper und Körper hat der Junge schon einen ganz guten. Ein 90er Schuss, natürlich pornös, also da kann man, ja, nichts falsch machen. Passen auch von 83 für den Stürmer natürlich sehr gut. Auch ein sehr gutes Dribbling mit 86. Defending braucht er nicht, Heading dazu 74, auch sehr gut. Joa, kann man nicht viel zu sagen. Der Junge wird teuer werden. Ich glaube, sein normaler kostet 190.000 oder sowas jetzt in die Richtung. Also vorher hat er, glaube ich, 150 gekostet. Allerdings, weil die Leute sich schon gedacht haben, dass er reinkommt, ist er schon gestiegen. Also jetzt momentan, glaube ich, so auf 190.000. Und ja, was wird der kosten? Erstmal eine halbe Mille, circa. Könnte ich mir gut vorstellen. Wird man dann sehen. Also Percy natürlich hier der ganz klar stärkste und auch teuerste Spieler im Team of the Week. So, wen haben wir als nächstes? Nehmen wir mal den Herrn Alexis Sanchez. Ist jetzt nämlich kein Flügelspieler mehr, sondern jetzt ist er Stürmer. Könnte natürlich eine Alternative sein. Als alleinige Spitze würde ich ihn natürlich niemals aufstellen, weil der Junge ist nur 1,79 groß. Und ja, da kannst du nicht so viel reißen, vor allem in FIFA 14 nicht. Er ist natürlich sehr schnell mit 88 Pace. Ein 80er Schuss dazu, was natürlich sehr gut ist. 75er passen für einen Stürmer auch in Ordnung. Und noch ein 87er Dribbling. Joa, leider stehen die Skillmoves. Oh, Weakfoot ja nicht hier. Skillmoves wird er wahrscheinlich immer noch 4 Sterne haben. Weakfoot, keine Ahnung. Kann ich euch gerade leider nicht sagen. Er spielt beim FC Barcelona. Ist ein Chilene. Joa, den kannst du halt eher so in der spanischen Liga linken natürlich. Und vielleicht mal so mit Vidal was in die Richtung. Aber ansonsten vom Linken her ist er jetzt nicht der Beste. Ja, ist so ein Percy schon mit Holland ein wenig besser. Und natürlich Premier League etwas bessere Liga. Was heißt besser? Also besser jetzt nicht von im echten Leben bessere Liga. Obwohl ich die Premier League schon ein bisschen stärker finde. Weil in Spanien dominiert halt einfach Barcelona und Real. Das ist halt klar. Und dahinter ist dann halt schon ein ziemlicher Abfall. Das ist jetzt in der Premier League nicht unbedingt so. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Nächster Spieler, Toni Kroos. Gucken wir uns an. Joa, 85er Rating hat er jetzt. 1,82 Kroos, Rechtsfuß. Und ja, er hat 58 Pace. Ist jetzt natürlich nicht der Hammer. Aber wenn man ihn wirklich in der Zentrale spielt. Zum Beispiel hinter zwei Spitzen oder so. Dann sollte das Dicke reichen. Also Dicke jetzt nicht. Aber es sollte reichen. Also wenn du den jetzt natürlich ins Laufduell schickst. Ist es wahrscheinlich nicht ganz so Hammer. Aber dafür hat er natürlich einen sehr geilen Schuss mit 84. Und einen richtig genialen Pass mit 89. Sein Dribbling mit 85 natürlich auch sehr gut. Sein Defending und Heading ist jetzt nicht mehr so. Nur, dass man ihn ins ZDM stellen sollte. Also das ist jetzt ein wenig, sehr, ja, ist ein bisschen wenig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in FIFA 13 war. Ich habe ihn da nicht oft gespielt. Ich hatte ihn auch mal. Aber ich glaube, da waren seine Def-Werte ein bisschen höher. Ja, jedenfalls. Ihn sollte man dann schon eher im ZM oder ZOM einsetzen. ZDM jetzt eher nicht mehr so ganz. Ich weiß gar nicht. Ja, Größe. Was wollte ich denn gucken? Irgendwas wollte ich gucken. Na, ich habe es vergessen. Keine Ahnung. Toni Kroos jedenfalls. Was haben wir sonst noch so? Hier auf der linken Seite haben wir Lavecci. Der ist interessant, weil ich habe ja schon ziemlich Bock auf dem Ibra-Team. Und da wäre der Junge dann natürlich, ja, sehr passend, will ich mal sagen, auf der linken Seite. Weil Ibra, den könnte man dann ganz hübsch beflügeln. Also zum Beispiel mit Lukas und Lavecci. Das würde ja ganz gut passen. Lavecci ist 1,73 groß, rechts, Fuß auf links schon mal sehr schön. 89-Pay ist natürlich sehr gut. Und auch sein Passen ist für einen Angreifer relativ gut mit 75. 90-er Dribbling natürlich genial und Def und Heading braucht er jetzt nicht unbedingt. Ja, der Junge, der finde ich sieht, ja, das ist für mich mit einer der interessantesten hier vom Team of the Week. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir den relativ zeitnah holen. Also spätestens zum Ibra-Team würde ich den dann schon ganz gerne haben. Vielleicht mache ich erstmal 1, 2, 3 Spiele mit dem normalen Lavecci, um erstmal zu testen, ob die Formation, die wir dann wählen, überhaupt was für uns ist. Aber ich glaube, dieser Herr Lavecci, der wird auf jeden Fall kommen. Und dann gehen wir hier weiter. Gervinio als linker Mittelfeldspieler. Spielt jetzt nicht mehr in der Premier League, spielt jetzt beim AS Rom. Und joa, 89-Pay, da kann man natürlich nichts gegen sagen. Und 70er Schuss für einen Mittelfeldspieler ist schon okay. Er ist jetzt kein Winger. Und 78er Pass geht auch klar, wenn man da noch einen Chemistry-Style drauf klatscht, dann hat er auch über 80 passen, das ist schon vollkommen in Ordnung. Dribbling mit 84 auch sehr gut. Und 50 Dev, 56 Henning, ja, als linker Mittelfeldspieler jetzt nicht ganz so hammer, könnte ein bisschen höher sein, aber er ist halt auch fast 1,80 groß, also das passt schon. Sieht auch relativ interessant aus. Vielleicht könnten wir den sogar im Serie A-Team aufnehmen, weil Sharawi ist ein bisschen verschenkt im linken Mittelfeld. Ich weiß nicht, als linker Winger soll er jetzt auch nicht so pralle sein, aber joa, man könnte Javinho ja einfach mal testen. Gibt jetzt nicht ganz so viele Alternativen auf links. Da gibt es ja nur so Zuniga, der ist non-rare. Amero gibt es noch, der aber nur 2-Sterne-Skills, 2-Sterne-Week-Foot und miese Schusswerte hat. Und noch Asamoah und halt Sharawi. Das ist was anderes, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also ist eine ganz gute Alternative auf links in der Serie A. Dann kommen wir zum ersten Silberspieler und das ist Crayham Susi. Der spielt in der MLS, ist ein ZM und für ein ZM sieht der schon ziemlich brachial aus. Also, den könnte ich mir in so einem 4-1-4-1 richtig geil als zum Beispiel, was ist denn der für ein Fuß? Rechtsfuß zum Beispiel im linken ZM in so einem 4-1-4-1 vorstellen, weil er hat eine gute Pace dafür, einen richtig guten Schuss für einen Silberspieler, einen monströsen Pass, will ich mal sagen, für einen Silberspieler. Auch ein gutes Dribbling und dafür passen auch noch Dev- und Heading-Werte. Also, der hat richtig gute Werte. 1,78 groß. So, wen haben wir da noch? Dann haben wir auf der rechten Seite den Herrn Salomon Kalou aus der League. Ja, der ist 1,84 groß dazu, trotzdem 84er Pace. 78er Schuss geht auch vollkommen klar. 1,70er Passwert geht auch in Ordnung, obwohl er ist ja rechtes Mittelfeld sehe ich gerade. Er ist ja gar kein Winger. Da könnte der Pass natürlich ein wenig höher sein. Dribbling dafür sehr gut, Heading sehr gut und Defending jetzt nicht so der Hammer, aber er ist halt relativ groß, da kann man dann auch noch was rausreißen. Joa, Kalou sieht auch überhaupt nicht schlecht aus für die rechte Seite. So, dann hätten wir das durch und jetzt kommen wir in die Abwehr. Und da hätten wir hier den Herrn Martin Olsen. Haben wir ja gestern gespielt gegen den Jungen, also wir Deutschland und so. So, bevorzugter Fuß ist ein Linker, also ein Linksfuß haben wir hier. Er ist ein Linksverteidiger übrigens. 85 Pace reicht natürlich dicke. 65er Schuss, sehr gut für den Außenverteidiger. 74er Pass für den Silber-Außenverteidiger auch sehr, sehr gut. Genauso wie seine Def- und Heading-Werte. Also kann man gar nichts gegen sagen. Für den Silberspieler hat er wirklich sehr, sehr gute Werte. Er spielt auch in der Premier League, das heißt man kann ihn ganz gut linken und ich denke mal, er wird auch nicht billig sein. Joa, er spielt bei Norwich. Schweden wird ein bisschen schwer linkbar sein. Ich weiß gar nicht, Alba Beck lebt er noch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ansonsten, joa, der sieht auf jeden Fall gut aus. Dann den nächsten aus der Premier League und zwar den Minor oder sowas. Figaroa. Der spielt bei Hull City. Und seine Werte sind 77er Pace, natürlich sehr gut. Ja, Pass und Schuss jetzt nicht der Hammer. Dribbling auch nicht. Und Defending und Heading im Prinzip auch nicht. Man muss natürlich sagen, er ist nur ein 77er. Dafür passen die Werte schon. Allerdings, ich glaube, ich würde ihn nie in mein Team stellen. Er ist einfach nur 1,80 groß und hat auch keinen Wert außer Pace, der hier herausragt. Und ich finde ja, bei FIFA 14 ist der Pace gar nicht mehr so wichtig. Teilweise schon. Also manche sagen ja, er wäre gar nicht mehr wichtig. Das finde ich nicht. Aber ich sage mal so, so einen hättest du vielleicht in FIFA 13 noch relativ gut nutzen können. Aber jetzt würde ich das dann doch eher lassen. Also meiner Meinung nach. Joa, das war der Figaroa. Jetzt kommt der nächste sehr hoch bewertete, nämlich mit 88, der Herr Philipp Lahm. Ich weiß jetzt auch nicht, wofür er den Inform bekommen hat. Joa, ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Also für gestern das Spiel bestimmt nicht. Und gestern das Spiel zählt wahrscheinlich auch nicht rein. Weil gestern dann hätte 100 Broschüre einbekommen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Er ist jedenfalls drin. Philipp Lahm. Joa, 1,70 groß. Ist jetzt nicht der Hammer für den Außenverteidiger. Bei dem Herrn Lahm kommt halt eigentlich alles über das Defending. Das sieht man auch an seinem Wert. 85 Defending. 80 Pace reicht natürlich aus. 87er Pass ist natürlich genial. Schuss kannst du wegtreten. Tripling ist sehr gut mit 83. Joa, wie gesagt, sein Defwert ist gut. Sein Heading ist natürlich nicht gut. Und dazu kommt dann noch 1,70 Größe. Also ich sage mal so, für mich hat Piszczek in der Bundesliga definitiv die Nase vorn. Für ein Deutschlandteam natürlich der Herr Lahm. Aber in einem Bundesliga-Team würde ich Piszczek allein schon wegen den Workrates vorziehen. Piszczek hat ja High-High, also hoch, hoch. Nach vorne wie nach hinten. Ist dazu noch schneller. Und hat natürlich ein bisschen schlechtere Def-Werte. Allerdings hat er dafür bessere Kopfball-Werte. Ist auch größer. Und hat jetzt auch keine schlechten Passwerte. Ich habe jetzt die genauen Werte nicht im Kopf. Aber in der Bundesliga würde ich dann auf jeden Fall Piszczek schon bevorzugen. So, dann kommen wir zum Torhüter. Der dritte Silberspieler, den wir hier haben. Und das ist der Dudu Awate oder sowas in die Richtung. 1,88 groß. Joa, die Werte sehen eigentlich alle richtig gut aus. Alle Werte über 70. Positioning sogar auf 81. Also außer Speed jetzt. Speed aber, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr wenige, die über 60 haben. Deswegen zähle ich das nie so richtig zu bei den Torhütern. Joa, wie gesagt, 77 Diving, 74 Reflexe, 70 Handling, 76 Abschlag und 81 Positioning. Ordentliche Werte. Wo spielt der Junge? Der spielt bei 1. CD Mallorca in der Liga Adelante. Also in der 2. spanischen Liga ist jetzt natürlich nicht so super linkbar. Ja, was haben wir jetzt hier noch? Ich gehe das mal jetzt hier weg hier. Da haben wir jetzt noch einen Herrn Via. Goalkeeper. Goalkeeper Basic, 78 Diving, 77 Reflexe, 77 Handling, 76 Kicking, 75 Positioning. Ja, der haut nochmal mehr raus. Also der hat ziemlich geile Werte, der Junge. Für einen Silbertorhüter. Allerdings auch bei ihm. Er spielt hier bei Colo Colo. Und ja, kommt aus Paraguay. Also der ist so gut wie gar nicht linkbar. Und 1,80 groß. Okay, das ist natürlich ziemlich pervers. Also das ist nicht so pralle für einen Torhüter. Dann der nächste Spieler. Ja, hier Innenverteidiger. Haben wir hier 50 Pace. Ja, er kommt 1,86 groß. Ist jetzt auch nicht der Hammer für 50 Pace. Wenn der jetzt irgendwie 2 Meter groß wäre, okay. Aber 1,86 ist jetzt auch nicht der Hammer. 50 Pace, joa. Aber dafür 75 Defending und 80 Heading, was natürlich sehr, sehr gute Werte sind für einen Silberspieler. Also überlegt mal hier so ein 77er in Form Figueroa hat 79,75 und der ist ein 72er und der hat 75,80. Also joa. Mit den Def- und Heading-Werten muss er sich nicht verstecken. Der nächste wäre dann Gunnarsson. Zentraler Mittelfeldspieler. Auch irgendwie relativ uninteressant, glaube ich. Also jetzt wegen seinem... Obwohl... Ach Quatsch, nee. Er spielt bei Cardiff. Okay, Premier League. Er ist ein Isländer. 69 Pace in der Zentrale. Geht schon klar. Schuss nicht so Hammer. Passt jetzt auch nicht überragend. Aber natürlich auch nicht schlecht. Aber dafür hat er gute Defending- und Heading-Werte. Also den könnte man eigentlich auch ganz hübsch einsetzen. Ja, Taunsen. Das ist natürlich ein geiler Spieler. Joa. Ich denke mal, der wird doch ziemlich teuer werden. Obwohl natürlich Silber... Man muss natürlich dazu sagen, Silber ist ein bisschen abgefallen jetzt in FIFA 14, weil es halt nicht mehr ganz so OP ist wie noch zu FIFA 13 Zeiten. OP, also overpowered, meine ich damit. 89 Pace. 69er Schuss für einen rechten Mittelfeldspieler. Silber geht in Ordnung. 70er Pass geht auch vollkommen in Ordnung. Dribbling sehr gut. Heading geht auch noch klar, weil er ist auch noch 1,81 groß. Und er ist ein Linksfuß auf rechts. Also der sieht richtig gut aus. Was haben wir sonst noch so? Den Herrn Niklas Bentner. Joa. Das ist, glaube ich, so ein richtig ordentlicher FIFA 14 Stürmer. Den könnte man eigentlich mal testen. Er ist nämlich 1,94 groß. Hat einen 84er Heading. 74er Schuss jetzt nicht ganz so überragend. Aber wir wissen natürlich nicht, was da alles mit rein zählt. Wenn so eine Freistoßwerte etc. ziemlich mies sind, dann kann das natürlich auch hier runtergezogen werden. Also er kann jetzt natürlich auch einen 99er Finishing haben und einen ordentlichen Curve etc. Das muss man halt gucken. Passen ist natürlich schlecht. Dribbling ist jetzt auch nicht der Hammer. Aber das könnte wirklich so ein Stoßstürmer sein, den du irgendwie in einem 4-3-3 in der Mitte stellen kannst. Müssen wir mal testen. So, was haben wir sonst noch so? Den Bronze. Zwei Bronze-Spieler sind auch dabei. Das ist der Kekuta Mané. Und das ist ein Stürmer. 92 Pace. 68er Schuss für einen Bronze-Spieler. Sehr, sehr gut. Er ist 1,74 groß. Die restlichen Werte sind jetzt nicht sonderlich überragend. Aber 67 Dribbling geht noch gut mit rein. 57 Heading geht. Er spielt in der MLS bei den Whitecaps und kommt aus Gambia. Also Bronze-Teams werde ich denke mal dieses FIFA nicht erstellen. Sage ich jetzt mal. Das kann sich ganz schnell wieder ändern. Also jetzt ist nichts sicher. Und als letzten Spieler haben wir Kilduff. Kilduff. Auch ein geiler Name. Oder Kilduff. Keine Ahnung. Ist ein Stürmer. 72 Pace. 66er Schuss. Auch in Ordnung. Und ein 70er Heading. Und dazu ist er 1,93 groß. Ja, der sieht ordentlich aus. Also. Wie kann man ihn linken? Naja gut. Scheiß Liga. Scheiß Nation. Also zum Linken natürlich scheiße. Also ich hasse jetzt nicht irgendwie die Iren. Aber zum Linken ist das jetzt nicht so der Hammer. Aber der sieht eigentlich ganz geil aus. Also das ist halt auch so ein Stoßstürmer mit seinen 1,93. Und einen guten Headingwert. Könnte man sich mal anschauen. Das wäre im Prinzip das aktuelle Team der Woche. Beziehungsweise das ist dann ab heute Abend 19 Uhr in den Packs verfügbar. Ja, wie gesagt. Noch kurze Preisprognosen. Vielleicht kommt zu diesem Team of the Week dann nächste Woche ein Trading Video. Also bevor das Neue dann rauskommt. Ja, Percy. Wie gesagt. Der könnte auf der halbe Mille gehen. Erstmal. Kann natürlich dann auch mal wieder ein bisschen runter gehen. Ein bisschen höher gehen. Joa LaVetsi. Der ist jetzt schon relativ teuer. So mit 30.000. Also so 200.000 könnte ich mir schon gut vorstellen erstmal. Groß wahrscheinlich wieder so um die 120.000 erstmal. Gervinio wird relativ günstig sein. Ich denke mal unter 50.000 würde er dann am Ende zu haben sein. Sanchez wird wahrscheinlich wiederum ein wenig teurer. 83er Rating und relativ solide Werte. Auch über 100.000. Lahm sowieso. Ah, okay. Was heißt Lahm sowieso? Ich sag mal so. Einen Alaba. Was kostet der Inform? Ich glaube knapp über 100.000 nur. Ja, ich denke mal Lahm auch so knapp. Obwohl, nee. Lahm wahrscheinlich eher noch ein bisschen teurer. Weil er ist halt auch ein 88er Overall. Sollte also eigentlich nicht so häufig gezogen werden. Aber anscheinend werden ja jetzt neuerdings die Spieler eh viel häufiger gezogen. Das ist relativ seltsam. Das habe ich gesehen in dem Team of the Week, wo Aguero drin war. Der war dann irgendwie nach dem Team of the Week, keine Ahnung, da gab es von dem 20 Seiten oder so. Das war in FIFA 13 jetzt nicht so der Fall. Ja, Kalou wird auch sehr günstig werden. Figaro hat denke ich auch nicht, dass er teuer wird. Weil die Leute werden das selber merken. Dass man mit so Spielern eher nicht so gut abgehen kann. Ich meine in der Dreierkette auf rechts oder links vielleicht ja. Aber ich würde es trotzdem nicht machen. Und ja, die anderen werden halt relativ günstig werden, denke ich mal die meisten. Außer natürlich Taun sind. Aber sonst sieht mir jetzt hier nichts aus, was relativ teuer... Achso, Olsen, ja, der wird denke ich mal teuer werden. Weil da gibt es auch nicht so viel Konkurrenz jetzt hier auf links. Und informmäßig glaube ich noch gar keine. Also, und er sieht halt auch noch gut aus dazu. Er hat echt gute Werte. Ja, das sind nur mal so einfach aus dem Kopf irgendwelche Prognosen. Ich weiß bei den meisten noch nicht mal, was sie momentan so kosten. Also, einfach mal was aus dem Kopf heraus. Ja, ich würde mal sagen, das wäre es gewesen. Heute Abend kommt noch ein Gameplay. Also, ich denke mal, das werde ich dann so um 20 Uhr online hauen. Ich sage jetzt einfach mal 20 Uhr. Es ist bald hochgeladen. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, like da lassen. Schreibt was in die Kommentare. Und schaut mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Ciao.